hallo und herzlich willkommen zurück zum ls 19 landwirtschaft auf der kleinstellen wenn immer noch hier beim ein gruppen vom mist also schön gut vermischen danach wollen wir denn soja soja bohn einarbeiten sehen drill wie man es auch immer nennen möchte kann man halten wie ein dachdecker natürlich hier mit dem gps mod ich das erleichtert doch ein das leben ich kenne mal kurz von außen ein teil habe ich hier schon so dann fahren wir die spur hier hoch noch mal kurz rück so dann runter weil so wie soja bohnen habt nie raps raps wollte ich hier rauf machen ab habe ich noch nicht weil auf den einen feld ist ja so ja wohnen und deswegen mache ich hier raps rauf weil er habe ich fast alles durch bis auf kartoffeln und rüben also mal gucken hat wegen wie die nächsten felder mit kartoffeln und rüben machen bei mais hatten wir weizen gäste hafer dann haben wir mal wenigstens alle fruchtsort durch die gülle mist haben wir kalt ok spritzen haben wir noch nicht gemacht weil das wollte ich eigentlich auch nicht weil so ein bisschen deswegen so flügen ja auch nicht außer wenn ich feld erstellen muss weil das kann der diese scheiben ecke nicht oder tiefen gruppe aber ich hätte doch headtracking mit anmachen können aber egal weil hier bei der saatkombi braucht denn auch keine 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 kreise ecke mit anbauen deswegen wobei ich dachte ich hätte man vielleicht auch mit der kreise ecke einarbeiten kann aber denke ich mir irgendwie vielleicht nicht so gut weil ich hatte ja mit der scheiben ecke das flügen gemacht habe ich ja den mist drauf gefahren jetzt probere ich den mist ein oder arbeite den mist in dem boden gut vermischt wird hier mit den fünf meter fünf hat er glaube ich reicht für meine felder ich brauche keinen größeren da wäre schneller fertig so wieder hier hoch ist die bahn genau machen wir den wieder runter genau den neuen mehdröscher pack habe ich drauf ein glas 6 jahren 540 und 570 ist da drin von 6 meter bis 7 meter da gucken wie der ist der andere war ja irgendwie so komisch er hat sich immer bewegt wenn ich den schneidwerkswagen und mit schneidwerk drauf hatte hat der schneidwerkwagen sich immer so weg bewegt ich stehe ja manchmal nicht mehr da wo er steht ich stehe ja manchmal nicht mehr da wo er steht halt wie es auf dem konto sieht sieht man sieht nur 2300 also es wird irgendwann aus geld hinauslaufen oder er auf den kredit wollte mir einen größeren kuhstall eigentlich auch kaufen aber muss auch erstmal warten und ihr könnt gerne ja mal in den kommentar schreiben gleich mal eine andere map ich wollte mal gerne irgendwie auf einer map bleiben bisschen länger aber es gibt halt auch schöne schöne maps muss man ja sagen so kleinere schöne maps gibt es schon die old stream map ist gar nicht so schlecht vorm aussehen her aber ich glaube da gibt es den hof schon oder mal schon durch eine andere map spielen aber dann fängt man immer wieder von vorne an könnte man auch mal machen halt die forst map bleibt das ist klar da hat man jetzt so viel energie rein gesteckt so komm jetzt noch ein bisschen von außen wieder dann wird jetzt die vorgewendende weg aber wenn dann würde ich auch vielleicht noch eine so ein bisschen als raus weil wenn ich jetzt hier 34 maps spiele dann ist das ja auch nicht gut dann komme ich auf gar keine maps zur potte so dann haben wir nämlich hier die erste dünge stufe und das mit dem anessen drc würde ich gerne auch ausprobieren das mit diesen ballen ich würde zu geld kommen mit silage weil der silo ist voll so viel silage bräuchte gar nicht für meine kühe denn dann kann ich lieber mal ein solangeball machen oder wieder mais wenn ich doch mal wieder was für die kühe brauche also wenn das bestellt ist hier alles dann kommt auch wieder gras mähen weil die felder brauchen noch ein bisschen und dann werde ich auch links hier äh das mit dem ballen von anessen die lessive ausprobieren vielleicht würde auch mal so eine wurst machen ja vielleicht doch noch einen normalen schlepper so so ist das lenkt gerade ok siehst du damit leicht die so die ersten bahnen vom drillen machen noch das letzte stück hier davon vor gewände weg aber was hat die drille hat die auch vier meter fünf meter fünf das wäre ja gut dann kann ich den kurs beibehalten aber ich glaube die der hatte vier meter fünf also ein meter zu klein so 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 dann fahren wir so 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 hier lang das ist das update für den misstaufen hätte ich noch machen können vielleicht geht das denn jetzt besser mit der zange rauszuholen so den stellen wir auch erst... ach scheiße da steht ja noch der rote anhänger stellen wir den erstmal auch hier hin das frontgewicht kann hier erstmal hin dann brauche ich... ich stehe hier ach so das ist noch alles dran warte mal machen wir das im handnetz jetzt haben wir die kreiselecke mal wieder zurück da hin so wo war das hier eigentlich noch sehr gut ich brauche dich mal so so ich hoffe das ist Saatblut was ist das denn dann lassen wir den so stehen dann lassen wir den so stehen hier mal rein die hat was Ehhhhhh... No? Ah, Fehler. Fehler. Zurück wieder die ganze Sache. So. Ach, sieh, sieh, müssen wir auch mal gucken, ob da... Genau, 4 Meter, 2 Meter. Alt und E. Alt und E. Nochmal Alt und E. Ach, so geht's auch. Genau. Putz hier rein. Elf und zwölf Gruppen. Sehen. Hier, komm mal. Oh. Reichen. Zurück. Gerste. Arfe. Gab's. So. War ohne Kreiselecke. Gab's. Ach, seit wann steht denn das da unten? War vielleicht nach einem neuen Update. Aber find ich gut. Muss man nicht mehr die Bilder raten. Find ich toll. Was soll denn das nun schon wie der Gamepad? Hm. Zack. Steuerung. Reichen. Mach das mal hoch. Das runter. Warum hat der das denn jetzt wieder rausgesch... Oh oh. Warum bin ich irgendwie auf Steuerungsrücksetzen gekommen? Ach nööööööööööööööööööööööööö... Aber das Lenkrad funktioniert... Die Klappe sind auch noch belegt. So... Und das war ja so, wenn ich jetzt Tempomat reinmache, dann bremst er automatisch am Ende an der bestimmten Stelle ab. Das ist ja eigentlich auch gut. Genau, Raps. Ja, dann hatten wir eigentlich fast alle Fruchtsorten durch, bis auf Rüben und Kartoffeln. Müssen wir auch mal gucken, ob wir das noch machen. Ja, die Tasten sind auch noch irgendwie. Genau, dann muss ich das jetzt schnell noch wegmachen. Diese kleine Ecke hier. Wenn wir das wieder einschalten. Auch schon ein wenig abgenutzt. Das gute Stück. Aber er hat irgendwas. Kann man leider sagen. Dann drücken, drücken. Ah. Ja, komm. Ein klein bisschen. So, dann kommen wir mal ein Stück hoch. Machen wir mal in diese Spur hier rein. Und dann drücken wir mal da hoch. Oh ja, geht auf. Geht auf linker. Linker geht. Hier, mal wieder hoch. Ah, geht auf. Und halt, wenn ich das recht verstanden habe, funktioniert das so, dass ein Gebläse unten drin ist. Genau, das verwirbelt irgendwie hier oben. Oh, da geht jetzt sogar vorne der Tritt runter. Ist mir nie aufgefallen. Ja, schon ein wenig ramponiert. Erstmal neu lackiert werden. Jetzt machen wir mal Tampomaten rein. Hab ich weniger Arbeit. Brauche jetzt nichts mehr machen. Gar nichts. Überhaupt nix. Aus der Zugache, dann bist ich wieder unten bin. Dann fahre ich wieder hoch. Und dann brauche ich auch noch nichts machen. Genau, dann sind eins, zwei, drei, vier Felder bestellt. Wenn wir noch die Wiesen abmähen. Daraus ein bisschen Geld machen. Oh, hier nebenan sind Kartoffeln drin. Ja, jetzt sagen Kartoffeln sind da drin. Bin ich so dreist kaufen, wie das fällt wieder. Dann habe ich Kartoffeln. Ich brauche noch nicht mal Kartoffeln pflanzen. Jetzt, weil ich Tempomat drin habe, müsste er hier unten von alleine stoppen. Et voilà. Und dann, wenn ich hier unten an den Punkt komme, wo er sonst anhält. Kommt, der hält er auch dort an. Hat man eben gesehen, da der das kleine Stück angehalten hat. Hoch und dann stoppt. Ja, man könnte ja mal gucken, wegen der neuen Magsatmaschine. Gleich aus, so fünf, sechs Meter breit. Aber diese Kombi finde ich gut. Mit dem Tank vorne dran, hinten. Oder eben, dass ich auch da die Kreiselecke schön bauen kann. Und davor nochmal den Tiefengrubber quasi alles in einem Abwasch machen kann. Sprich, Tiefenlockerungen. Kreiselecken. Oder Kreiselecken. Ja, nennt man Kreiselecken. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, ob ich den Belarus vielleicht doch verkaufe. Mir... Oder zwei neue, was wir vielleicht ein bisschen abwechselnd reinkriegen. Vielleicht noch, also nen Fend. Und ein, weiß ich nicht, ein John Deere. Nehmen wir ein bisschen Abwechslung von dem Träger in die Herren hier rein. Der hat jetzt auch schon 27 Stunden, aber dafür muss ich den Kredit aufnehmen. Euren Träger kostet bestimmt mal... Also, ich brauch keinen ganz großen, kein Fend 1050, 1080, den 800 da reicht, den 800, den 700 da sogar noch, 724. Weil hier hab ich ja nen schönen Fend drauf schon, der ist ganz nice. Der fährt ja, glaub ich, automatisch, glaub ich, Mitteltraktoren. Genau, hier nen Fend 800 Vario TMS. Hat irgendwie was. Hat auch nen schönen Sound. Auch, würde gehen. Garage. 110. Hm. Ich krieg grad mal ein 60.000 dafür. Und dann 50.000, die ich oben drauflegen müsste. Ich krieg dann für meinen Bellowers 5.000 und 10.000 oder so bestimmt. Und 42.000. Nein. Nicht Garage. Zurück. Zurück. Ja, muss man mal legen. Oder über beide Fans, äh, den Fan und den Bellowers verkaufen. Und den Fan dafür und dann mal gucken, ob nen John Dean kleineren. Oder im Case oder im MF, also im Massive Mars und Fairbison. Oder CB, gibt das überhaupt kleine? Oder halt nen ganz, noch nen kleineren Steier dazu, für... ...düngerarbeiten und so. Also ein Fan, ein Fan bleibt. Ich bin Fan, ich mag Fan. Ich finde, die sehen toll aus. Weil der Fan 800 Vario TMS wird kommen. Alleine schon für die Hänge ziehen und so. Aber was soll der zweite wählen? Aber was soll der zweite wählen? Ich bin ein bisschen leiser. Ja, mal gucken. Also den ich gerade gezeigt habe, den Fan 800 TMS. Der wird noch kommen. Der hat einen schönen Sound, finde ich. Klar, gibt es welche mit einem schöneren, aber der hat schon was. Aber auf jeden Fall bedanke ich mir natürlich wieder fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und natürlich auch beim Forstbereich. Da sind wir ja auch wieder bei den Bäumen endlich angekommen. Am Ende sind endlich alle gewachsen. Und ich sage mal, so wünsche ich euch einen schönen Tag. Schönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit. Und wir sehen uns denn zum nächsten Mal wieder. Macht's gut.